Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind Max und Merle und wir befinden uns gerade in Chile, sind auf dem Weg bis nach Alaska und in diesem Video befinden wir uns gerade auf der Carretera Austral, das ist eine der schönsten Panoramastraßen Chiles überhaupt. Und heute in diesem Video nehmen wir euch mit auf ein Gaucho-Festival. Wir müssen mal wieder was reparieren, weil es nicht so ganz dicht ist und wir werden nass. Was damit gemeint ist, seht ihr natürlich in diesem Video. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst uns gerne ein Abo da, ein Like da, ein Kommentar da und aktiviert die Glocke. Wenn ihr alles macht, dann sind wir super, super, super happy. Wenn ihr nur eins davon macht, sind wir auch schon happy, aber es hilft uns sehr, wenn ihr uns so unterstützt. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß. Und da sind wir auch schon auf dem Gaucho-Festival in Cochrane. Ein Gaucho hier in Südamerika ist vergleichbar mit einem nordamerikanischen Cowboy. Zusammen mit unseren Freunden Laura und Pietro von den Lost Dog Cakes und Livia und Yuval von Roadfox durften wir etwas tiefer in die Kultur der Gauchos einsteigen. Nach einem leckeren Asado-Grillteller für Pietro und Yuval und selbstgemachtem Bier für Merle und mich ging es direkt zur Gaucho-Pferde-Präsentation. Auf dem Rückweg zu den Autos hat Laura dann einen Jungen gesehen, der ein Schwein sehr unwürdig getragen hat. Das hat ihr so wehgetan, da mussten sie und Pietro einfach etwas gegen tun. Der Arme ist schwach. Ich habe nur die Hälfte verstanden. Du trägst es jetzt zu ihm nach Hause, damit es nicht so leiden muss, während er es trägt. Ja. Ich habe schon einen Hund begraben. Das ist irgendwie das zweite Tier, das ich zu seinem Begräbnis bringe. Der meint, er wohnt hier links. Geht das Schloss nicht mehr auf. Wir müssen wieder gefettet werden. Ja, wir sind hier auf so einem Stellplatz in Kochrane, sage ich einfach mal. Wir wissen einfach nicht, wie es tatsächlich heißt. Und waren gerade Müll wegbringen. Unten bei einem Aussichtspunkt ist ein öffentlicher Mülleimer. Wir stehen hier wild quasi auf so einer Lichtung neben einem schönen Wald auf einem Hügel. Ja, und haben natürlich vorbildlich die Sicherheitsschlösser eben verschlossen. Und wir sind ja die Tage vorher immer richtig viel durch trockene Schotterpisten und Sandbereiche gefahren. Und jetzt hat sich das Sicherheitsschloss hier an der Seite so verstaubt und vertrocknet und voller Sand gezogen, dass es jetzt klemmt. Das ist natürlich ziemlich blöd, weil wir da raus und rein müssen. Drückt die Daumen, dass es gleich wieder aufgeht irgendwie. WD40 versuchen wir gerade. Mal schauen. Oh, Zange, ne? Ich dachte, mit mehr Gefühl oder so, aber Gefühl hilft da nicht. Oh, Gewalt, Michael, glaube ich. Geht? Ja. Okay. Ein bisschen größerer Hebel. Gott sei Dank, ey. Das ist ja nicht. Yay! Alles dreckig, da muss Fett dran. Wir hätten noch ein Stück Butter. Alter. Viel Schmodde. Wir sollen sie immer durchs Fenster bedienen müssen. Schaschläge, wer hat das Schaschläge bestellt? Pommes Schranke, Pommes Schranke. Also wir haben mal wieder Wasser im Van. Es hat geregnet und es ist durchgekommen. Wir haben innen die Fenster mal wieder abgeschraubt, um zu gucken, wo kommt es her. Und man kann von innen an den Seiten im Fenster sehen, dass dieses Kabel auf jeden Fall, oder an diesem Kabel, Wasser runterläuft. Deswegen war die Vermutung da, dass es an der Antenne liegt. Jetzt schaust du mal hier oben rein. Hier ist auf jeden Fall Feuchtigkeit drin. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Und hier an der Seite kommt auch schon Wasser rausgelaufen. Genau. Zum Glück sind heute die Firmen 4x4 auf diesen Platz gekommen. Zufällig war ein Ingenieur an Bord. Und das ist der Florian. Und genau, der hat sich bereit erklärt, mal auf unser Dach zu steigen. Und wir leisten hier erste Hilfe. Und man sieht hier schon, wir haben ein bisschen angeschnitten schon an dieser, was ist das Silikon-Sicker-Flex? Also diese, die sind halt ein bisschen aufgeschnitten und man sieht schon, hier kommt Wasser raus. Also, es ist wie es ist, es ist scheiße und wir versuchen jetzt aus Scheiße was Gutes zu machen. Da ich als Geisteswissenschaftler alleine nicht in der Lage bin. Versucht der Ingenieur aus schlechtem Fusch, guten Fusch zu machen. Und wir schauen mal, dass die Jungs und Mädels hier wieder trocken schlafen können. Und wenn es heil ist, geht auch mit ihr. So machen wir das. Übrigens, die Firmen 4x4, die haben auch einen YouTube-Kanal. Da ist das Auto, schaut es euch an. Das ist ein krasses Teil. Und was wir alles erleben, könnt ihr auch auf dem Blog nachlesen. Genau. Wir haben eine eigene Homepage. www.4im4x4.de Checkt das mal aus. Verlinken wir dann auf jeden Fall in der Beschreibung. Genau, dann erfahrt ihr auch, wer die anderen drei sind. Perfekt. Da ist das Wasser hier. Da hat sich das gesammelt und ist hier runter geflossen. Dann kann die Antenne jetzt ab. Großer Moment. Das war's mit Fernsehen. Gott sei Dank. So, jetzt wird das passende Metallstück zugefleckt. Makita-Gerät. Oh, hell. Genau, ich habe jetzt das Loch hier freigemacht. Ja, genau. Ein sehr großes Loch für sehr wenig Kabel, wie man ja sagen muss. Also mit Sicherheit. Und da kommt jetzt eine schöne Metallplatte rüber. Aber erstmal müssen wir das schön ein bisschen trocken machen. Jo, mir geht nicht mehr. Nicht schön, aber selten. So, meine Damen und Herren, jetzt wird angeraut, sonst wird die Klebung nix. Wenn ich das wiederhole, dann wirklich richtig kompetent. Ja, ja, genau. Also wir versuchen jetzt hier eine vernünftige Klebung zu pfuschen. Heißt, wir machen den restlichen Kleber weg mit unserer Flex. Und dann haben wir sogar ein bisschen Primer dabei. Und wir haben irgendwie einen Polymerkleber dabei. Und dann kleben wir dieses schicke Stück Aluminium da drauf. So, und wenn ich jetzt live quasi abrutsche und noch hier die Plastikhaube kaputt mache mit der Flex, dann kommt hier Stimmung auf. Also an der Stelle lieben Gruß an den Vorbesitzer. Der hat das Loch hier nicht mal entgratet. Und das Loch ist auch, ich würde mal sagen, mit dem Ovalbohrer gebohrt. Das muss gut sein so. Ja, wir haben die letzten zwei Jahre das Ding aufgebaut. Und wir haben da viel gelernt. Und vor allem haben wir gelernt, wie man es nicht macht. Und unsere Schlauheit war jetzt, oder ein kleiner Tipp am Rande, wir machen zuerst sauber, bevor wir anschleifen, schleifen dann an und machen wieder sauber. Weil wenn du hier nämlich so Fettrückstände und so einen Scheiß auf dem Blech hast und du schmiergelst dann, dann hast du die so tief in die Poren reingeschmiergelt, dass du es nicht mehr gescheit rauskriegst. Wir wissen nicht genau, ob es richtig ist, aber wir haben damit zumindest die beste Erfahrung gemacht. Und lieber einmal zu viel sauber gemacht, wie einmal zu wenig sauber gemacht. So, jetzt schreiben wir uns hinter die Ohren. Ja, jetzt haben wir hier eine schöne Wurst. Und das gleiche auf die Seite. So, ich drücke extra nicht so fest an, dass wir einen Klebespalt erhalten. Und jetzt ziehen wir das einmal mit dem Finger so ein bisschen ab. Und auf dem Dach sieht es ja keiner. Ja. Und es ist ja nur Optik. Wir wissen ja, wir haben noch den inneren Kreis quasi am Loch, wo da kann eigentlich nichts mehr passieren. Schön gesagt, eine Busch-Reparatur. Das trifft den Nagel auf den Kopf oder das Auto auf dem Dach. Hoffentlich schlafen wir jetzt mit trockenem Kopf. Ich würde mich natürlich noch fragen, ob vorne jetzt noch was da durchkommt, aber das erfahren wir erst beim nächsten Regen. Ja, ihr beobachtet das mal und wir treffen uns unterwegs bestimmt nochmal irgendwo. Ja, dann räumen wir auf und dann bedanken wir uns natürlich mit einem schönen Bierchen. So, machen wir das. Am nächsten Tag starteten wir frisch verdichtet und in bester Gesellschaft von Celine und Dario in Richtung Norden auf die Carre Terra Austral. So, wir fahren mal wieder zu dritt in Captain Clout oder sogar zu viert, um ehrlich zu sein. Petro hat was gefragt. Petro, was ist es? Ne Forelle. Lecker. Und bereitest du dir dann heute Abend noch frisch zu? Ja, mit Hilfe von Juba. Und dann gibt es wohl Fisch. Also für mich ja nicht, ich bin kein Fisch-Fan, aber... Sushi. Da gucken wir gerne zu. Sushi, die Sushi. Wir sind hier an diesem schönen Campingplatz gewesen für diese Nacht, haben Betty on Tour getroffen, beziehungsweise sind wir schon am letzten Platz mit den beiden hierher gefahren. Und da vorne ist das Häuschen gewesen. Da saßen wir gestern auch mit den Lost Donkeys und mit Roadfox noch zusammen. Das war richtig schön. Und das Einzige, was heute Morgen nicht so cool war, waren die Duschen. Die waren sehr, 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 sehr kalt und haben leider, ja, mir den Kopf so ein bisschen erfroren. Aber das wurde dann noch repariert und die anderen haben dann warm geduscht. Also ich habe Geld geduscht und die anderen haben warm geduscht. Naja, jetzt fahren wir auf jeden Fall los. Das heißt, jetzt brauche ich mal kurz hier eure Hilfe. Anschläuen. Anfahrt. Yay, look it. Very impressive, isn't it? Very impressive. It's a way. There's no water flying. Wow. So fühlt sich das meistens an. Meistens. Jetzt zum Beispiel. Hier, die Kohlen stehen auf dem Motorrad. Weil sich das bei denen auch so anfühlt. Krass. Und hier oben raus am Friede unten einfach. Alleine. Ja. Ja. Boah, ich bin richtig aus der Puste. Da haben wir eben diesen fantastischen Drohnenflug hingelegt. Ich glaube, er ist fantastisch. Ähm, die aussieht ist fantastisch. Wenn ich nicht gut geflogen bin, er ist nicht schlimm, aber die aussieht ist super. Und dann, ich bin ja noch nicht so geübt oder wie, zeigt die Drohne auf einmal an. Ja, mehr als 2000 Meter Distanz entfernt. Geht nicht mehr. Und dann wollte ich versuchen, näher ranzufliegen. Hat nicht mehr funktioniert. Ich konnte nur noch nach links und rechts steuern. Auch voll komisch eigentlich. Aber es hat nicht geklappt, dass ich vorwärts geflogen bin. Und dann sagt er am nächsten Moment auch noch Batterie allein. Und ich war gefühlt mitten über dem See. Uiuiui. Mein Herz hat gerade eine große Herzattacke gehabt. Aber ich habe es geschafft, mit linksrandsteuern, runterfliegen, manuell zu landen, wie auch immer ich das hingekriegt habe. Und bin dann mal eben, ich weiß nicht, vielleicht 800 Meter oder so zurückgelaufen und habe sie, vielleicht waren es auch nur 300. Aber es ging bergauf und habe sie eingesammelt und gerettet. Oh, geschafft, Gott sei Dank. Dieses Drohnenfliegen, ey, wirklich. Ich bin nicht aus dem Pusten bei mir wegen. In dieser wahnsinnig schönen Landschaft konnten wir einfach nicht anders und holten das erste Mal auf dieser Reise unser Stand Up Paddleboard raus. Wir können gar nicht genau definieren, warum. Aber dieser Tag war irgendwie etwas ganz Besonderes für uns, weil er einfach so schön war. Vielen Dank, liebe Bettys, dass wir ihn mit euch verbringen durften. Boah, was für ein Stellplatz das war, oder? Yes, richtig. Mega krass. Wir haben einfach das erste Mal das Sub rausgeholt. Ich meine, bei dem Wasser kann man auch nicht anders. Jetzt geht es auf jeden Fall weiter, weil wir wollen mit Celine und Dario eine Kajaktour zu Marmorhüllen machen hier in Chile. Das ist eine ganz besondere Sehenswürdigkeit auf der Caritera Australov, die wir uns hier gerade befinden. Und dann wollen wir den Tag danach auch noch eine Gletscherwanderung machen. Da freuen wir uns auch schon mega drauf. Auch mit den beiden zusammen. Deswegen sind wir jetzt noch eine Weile auf jeden Fall zusammen unterwegs. Ja, da fahren wir jetzt hin. Das dauert ungefähr wahrscheinlich zwei Stunden, bis wir da sind. Obwohl es nur 40 Kilometer sind, weil die Straßen grenzen sie einfach so aussehen. Ich meine, wir wollen uns nicht beschweren. Es ist wirklich immer eine richtig, richtig coole Aussicht auf dieser Straße. Aber es ist schon oft nicht so einfach, die zu fahren. Und das Auto wird auf jeden Fall von außen gut beansprucht. Mega zerkratzt. Man hört die Bäume hier die ganze Zeit an der Außenseite. Und ja, Schlaglöcher sind auf jeden Fall keine Seltenheit. Wenn hier auch noch Schlaglöcher wären, das wäre was. Das wäre auch was. Aber die kommen gleich jetzt. Ja, die kommen gleich. Das hier ist so ein Nebenweg, wo wir jetzt diesen wundervollen Stellplatz einfach hatten. Wir nennen es den San Francisco Platz. Ja. Warum? Habt ihr bestimmt schon gesehen. Ansonsten hier nochmal. Mal live. Dario, wenn du das Video in einem Wort beschreiben müsstest, was würdest du sagen? Geil! Einfach geil! So, auf dem Weg, um die Kajak-Tour zu buchen. Sie sind die Bettis schon vorgefahren, wir haben den Knut lieber oben stehen lassen, weil wir nicht ganz so sicher waren, ob der das packt. Dann wollten wir lieber laufen. Und jetzt laufen wir schon eine ganze Weile. 1,2 Kilometer steil bergab. Wir sind in einem anderen Bus. Wir müssen die Strecke zum Glück nicht hochlaufen. Dario und Celine, nehmen wir uns mit. Eine Tour in Betty. Yes! Und die 4x4 sind auch da. Schauen wir mal, ob der Dario kann am Lenkradieren. Sind wir alle gespannt. Wir sind immer noch da. Ja, vielen Dank fürs mitnehmen. Ja, kein Problem. Good morning in the morning. Wir sitzen in Betty. Es geht los zur Kajak-Tour. Juhu! Und was sagt man da? Einstallen. Abfahrt. In der Grundschung. Ist das nicht dein Ernst? Ungefähr. In der Grundschung. In der Grundschung. In der Grundschung. Auch. Und das ist ein Ei! Auf die Grundschung. Und das ist, wir kann gemacht. gleich geht's los wir fahren hier raus mit dem kajak da werden schon die kajaks vorbereitet für uns wir sind zu viert plus guide kamera ist am start kentersack ist auch gepackt mit wasser und gleich geht's los mal gucken der noch ein bisschen englisch spricht ob wir versuchen müssen uns alles von unseren schweizer freunden übersetzen zu lassen denn wir sind nur poquito tschüss und so und 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 Das war's für heute. Zurück im Hafen haben wir dann noch ganz süße Babykatzen gesehen Wie hat es euch gefallen? Es war mega cool Und Dario? Auch Was für ein Panorama Leute Wahnsinns schön Die Polizei ist auch da Ja und wir machen heute Dachfenster Es ist ja immer noch Regen durchgekommen Und die vier im 4x4 Stehen hier neben uns Und das Ingenieur Und der hat gefragt Wie ist das denn eigentlich mit dem Fenster? Ist das jetzt dicht oder soll Wollen wir uns nochmal angucken? Jetzt haben wir es uns nochmal angeguckt Und wie ihr seht Wir haben es tatsächlich abgeschraubt Unten waren alle Schraubenlöcher Waren verrostet Haben jetzt alles sauber gemacht Rost weggemacht Gereinigt Angeschmögelt Aceton drauf Ähm Ähnlich mit dem Fenster Von innen hier Auch alles an Gummi Und so weiter ab Die Antenne hatten wir Letztes Mal schon abgenommen Da kam nämlich auch Wasser durch Und jetzt wird alles neu verklebt Und da ist er schon Ohne ihn Äh Wären wir wahrscheinlich Mit kleineren Löchern noch unterwegs Genau Und jetzt probieren wir das neu einzukleben Und hoffen Dass es funktioniert Wie ihr seht Haben wir hier schon alles Ja Vorbereitet Und jetzt sind wir gespannt Ob Ob das restliche Sieger Was ich noch habe Reicht Ja ich hab grad mal geschaut Ich hab auch noch eine Backup Kartusche Wir haben leider nicht Genau den richtigen Kleber dabei Aber wir haben Primer dabei Den machen wir jetzt auf den Kunststoff Und dann Gibt es eigentlich nichts Was MS Polymer nicht kann Schauen wir mal Ob Flo wirklich richtig klebt Sehen wir Wenn es Rehe knäht Für mehr schlechte Reime Und Witze Schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein Hier kommt noch ein kleiner Vorgeschmack Bis zum nächsten Mal Tschüssi So So Das war's für heute. Das war's für heute.